Über den Zuschlag, dass Las Vegas Pfandproduktion Transalpina Oldtimer Rally begleiten darf, habe ich mich natürlich besonders gefreut. Es geht von Konstanz nach Badrackat, Bormillo, Stresa, Brésor-Vitier, Vendon, Saint-Bernard. Eine tolle Strecke, ich freue mich, ich werde zwar nicht die ganze Strecke dabei sein, aber ich habe Spaß und die mögen mich. Die Oldtimer sind begeistert von mir, wie ich sie in Szene setze. Der Club will mich auch nächstes Mal wieder dabei haben. Zusammengefunden haben wir über einen Golfplatz. Ein federführendes Mitglied von Transalpina kennt mich von einem Golfplatz in Wittensbach. Ein Geschäftskunde war es aus Kempten, der zufällig hier bei Transalpina auch ein bisschen das Sagen hat. Und er, er hat mich weiterempfohlen für diese mediale Begleitung. Vorher war es ein Schweizer Kollege, diesmal Las Vegas Pfandproduktion mit dem Bürositz in der Nähe von Zürich. Vielleicht hat es auch deshalb geklappt, weil wir etwas Schweizerdeutsch können. Und wir freuen uns jetzt richtig auf die Tour. Ich bin zwei Tage dabei, kann mich durchfressen, muss nicht Danken zahlen, kann alles gut erleben und haben super Leute um mich herum. Alle ein bisschen älter, ein bisschen älter, vielleicht sogar ein bisschen jünger. Ich freue mich riesig, jetzt geht es los in Konstanz vom Steigenberger Hotel mit Vollgas, naja Vollgas eben mit Oldtimer und schnaufen. So, wir sind hier in der Nähe von Zürich. Wir sind hier in Paris und wir machen ein Rally Automobiles von Promenade für 8 Stunden. Wir fahren von Konstanz, wir über die Schweiz, Italien, ein bisschen die France. Und wir kommen in Annecy am nächsten Mal. Und wir kommen in Annecy am nächsten Mal. Und wir kommen in Annecy am nächsten Mal. Und wir kommen in Annecy am nächsten Mal.